Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten. Heute unter anderem mit den Quartalszahlen, die sind nämlich endlich raus. Wir schauen uns diese einmal ganz genau an und wir haben noch Neuigkeiten zur Tesla Aktie, die direkt darauf reagiert und wir blicken auch auf ein neues Software Update. Also wenn du neu dabei bist und nichts mehr verpassen möchtest, lass gerne ein Abo da. Wir starten gleich mal durch mit den aktuellen Zahlen. Eine Produktion von 479.700 Autos wurde erreicht. Das ist ein absoluter Rekord, genauso wie die 466.140 Autos, die ausgeliefert worden sind. Davon waren insgesamt 5% Leasingautos und auch die Produktion des Model S und Model X entwickelt sich gut, auch wenn die 20.000 noch nicht geschafft worden sind. Die maximale Produktion liegt ja bei 25.000 im Quartal und 100.000 im Jahr. Also da ist noch ein bisschen Spielraum, wenn man es wirklich für nötig hält, die Produktion hier noch weiter hochzufahren. Was bedeutet jetzt also dieses Ergebnis? Es bedeutet jetzt erstmal, dass die Verkaufszahlen sehr erfolgreich sind und ein absoluter Rekord waren und das hat auch gar keiner so in dieser Form erwartet. Aber es bedeutet natürlich noch lange nicht, dass Tesla sehr, sehr gut Geld mit diesen Autos verdient. Denn wir alle wissen, die Preisreduzierungen waren ja nicht gering und somit müssen wir das Finanzergebnis noch abwarten. Aber das Ziel ist ja, durch die Skalierung die Kosten zu reduzieren und entsprechend mit dem neuen Model 3 vielleicht dann auch noch die Marge etwas besser aufzustellen im unteren Preissegment. Also Tesla wird vielleicht hier auch noch im zweiten Quartal nicht so erfreuliche Zahlen, wenn es auf die Ertragsrate geht, präsentieren. Aber im dritten, vierten Quartal wird es sich sicherlich wieder in die richtige Richtung bewegen. Wenn wir uns das Wachstum über die letzten Jahre einmal ein bisschen detaillierter anschauen, dann sehen wir, dass alleine vom Jahr 2021, wo es ja keine größeren Störungen der Produktion gab, 200.000 auf 466.000 innerhalb von zwei Jahren, also über 100 Prozent Wachstum. Und das entspricht dann diesen 50 Prozent, die man ja hier auch eigentlich erreichen möchte, auch wenn das Wachstum nun von 2021 auf 2022 aufgrund der Lockdowns, die stattgefunden hatten in Shanghai, natürlich nicht so erfolgreich war und nicht die Ziele ganz erreicht hat. Aber Tesla ist auf dem richtigen Weg, auch in diesem Jahr einen neuen Rekord aufzustellen. Und da schauen wir uns auch gleich mal die Zahlen an, denn im ersten halben Jahr hat man wirklich eine sehr, sehr gute Anzahl von Autos ausgeliefert. Das interne Ziel sind ja zwei Millionen Autos. Offiziell sagt man 1,8 Millionen. Irgendwo dazwischen wird am Ende dann das Resultat sicherlich liegen. Die 1,8 Millionen sollten mit diesem Resultat im zweiten Quartal möglich werden. Ganz unten rechts, die Zahlen sind sehr, sehr klein, dafür entschuldige ich mich. Aber ganz unten rechts, die vorletzte Zeile, da sehen wir die 889.015 Autos, die in den ersten sechs Monaten ausgeliefert worden sind. Und das ist tatsächlich ein sehr gutes Resultat. Wenn wir das jetzt ohne Wachstum einfach nur multiplizieren, würden wir sogar schon fast in diese Richtung des ultimativen Ziels kommen. Ob jetzt Tesla die 2 Millionen schafft, da fehlen im ersten halben Jahr alleine schon 110.000 Autos. Die müsste man also dann im zweiten halben Jahr einholen, bedeutet 1,1 Millionen Autos in sechs Monaten. Das wiederum würde bedeuten, 550.000 Autos ausliefern. Alleine in den letzten zwei Quartalen, das wird richtig knapp. 500.000 ja, also ich glaube eher, das wird in die Richtung 1,9 Millionen gehen. Das ist dann aber auch wirklich ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis für 2023. 2023 und es gibt ja noch so einiges, was jetzt in 2023 passieren wird. Denn mit der zweiten Jahreshälfte haben wir auch noch so einige andere Events, die stattfinden werden, wie zum Beispiel der Cybertruck. Der wird ja dann in die Produktion gehen. Den lasse ich jetzt aber bei den Produktionszahlen mal ganz außen vor. Denn der wird ganz, ganz langsam in die Produktion gehen. Es ist ein ganz neues Produkt und somit können wir hier keine großen Erwartungen haben. Auf jeden Fall wird es im dritten Quartal ein Event geben. Außerdem soll der Bau der Fabrik in Mexiko losgehen. Außerdem gibt es ja Gerüchte, dass es noch eine weitere Fabrik in China geben wird. Und das Model 3 wird sicherlich an die ersten Kunden ausgeliefert werden. Die ganzen Autos, die vom Model 3 noch im Inventar waren, werden ja Stück für Stück verkauft. In China gibt es im Jahr keine mehr. Also es ist wirklich nur noch eine Frage von Tagen. Und auch hier richtigerweise geschrieben, im dritten Quartal werden sicherlich die 500.000 Autos in der Produktion geknackt. Das ist dann ein weiterer Meilenstein. Und vielleicht auch in Europa die 100.000 im Quartal. Denn die wurden wahrscheinlich im zweiten Quartal mit den finalen Zahlen ganz knapp verpasst. Da müssen wir aber noch ein bisschen warten. Sicherlich wird das ungefähr bei 95.000, 96.000 Autos gewesen sein. Die Tesla-Aktie hat auch direkt heute Morgen schon mal reagiert. Nein, nicht um 18 Prozent. Sie lag zum Zeitpunkt um 11 Uhr heute Vormittag bei circa 4 Prozent, 5 Prozent im Plus. Tesla ist in diesem Moment 820 Milliarden Dollar wert und ist weit im Aufwärtstrend. Also die Frage stellt sich, wird es bald ein neues All-Time-High geben? Also wird der Höhepunkt, den wir im Jahr 2022 hatten, wieder erreicht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Richtung Ende des Jahres passieren wird. Ein kleiner Rücksetzer, den es ja gab, der ist schon wieder dahin. Also 255,60 Euro. Lass mich gerne wissen, was du zu dieser Tesla-Aktie denkst. Und wir werden jetzt erst mal noch auf das Software-Update zu sprechen kommen. Denn es gibt noch ein weiteres Update. Wenn du jetzt also zu einer Destination fährst, da ist es zum Beispiel ein Kaufland sein oder andere Supermarktketten, dann ist ja auf Google oft geschrieben, wann diese zumachen. Das wird dir dann jetzt auch mitgeteilt, wenn sie entsprechend kurz davor sind zu schließen. Außerdem kannst du auch den Bluetooth-Game-Controller benutzen. Und zwar am besten mit einem PlayStation 5-Controller kannst du dann ganz normal über Bluetooth diesen Controller entsprechend verbinden. In diesem Zuge lass mich gerne mal wissen, ob du überhaupt diese ganzen Spielfunktionen nutzt. Denn es gibt ja viele Möglichkeiten, jetzt einen Controller entsprechend unterspielen im Auto möglich zu machen. Ich habe tatsächlich noch gar nicht so viele Leute gesehen, die das machen. Also würde mich mal gerne hier auf Feedback von euch freuen. Dann haben wir noch weitere Sachen, wie zum Beispiel ein neues Design für Spotify. Also ganz normal, die Apps erneuern sich hier. Und wir haben auch noch das Thema automatische Scheinwerfer. Denn wenn du entsprechend die Scheinwerfer anhast, dann werden auch die Headlights, also die Lichter vorne, automatisch angemacht. Ja, muss man eben halt sehen, ob man das möchte oder nicht. Man kann dieses aber auch von Auto auf in den Controls dann entsprechend wieder ändern. Dann haben wir noch einmal das Thema Solar. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt hier schon eine Powerwall haben. Ist ein Riesenthema. Aber die Funktionalitäten und die Verbindung mit dem Tesla-Auto, da gibt es natürlich auch eine Menge an Updates. Sodass man entsprechend viel besser entscheiden kann, wann und wie und wie viel man aus der Powerwall direkt haben möchte. Oder vielleicht auch direkt dann von der Photovoltaikanlage. Also das sind sehr, sehr spannende Sachen, die da kommen. Ich freue mich aufs nächste Video mit dir. Mach's gut. Bis dann. Und tschüss. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020